Die neue Kurzgeschichte Der ewige Schwur Hororions Herz war schwer vor Trauer und brannte vor Wut. Dunkelrotes Blut sickerte in den goldenen Sand, während die, denen es gehörte, in die Zeitlosigkeit glitten. Hier in den Höhlen war alles zeitlos und die gefallenen Drachen Arzrots waren bei der Verteidigung dessen gestorben, was in ihnen verborgen lag. Hororion, Erdwächter, Aspekt des schwarzen Drachenschwarms, verwandelte mit seinem Magma-Atem Sand in Glas. Sein treuer Schwarm, eine tanzende Welle strahlender, tiefschwarzer Schuppen, folgte ihm zwischen den wirbelnden Sandsäulen, um die Flut unendlicher Finsternis zurückzuschlagen. Wie er selbst waren sie unversehrt von dem Wahnsinn, der den ersten Aspekt der Erde verflucht hatte. Neltarion, auch Todesschwinge genannt, war für immer fort. Er war nur noch eine entfernte Erinnerung und konnte lediglich in Gedanken an seine üblen Taten Schaden zufügen. Vororion führte jetzt den schwarzen Drachenschwamm an und kämpfte zum Schutze Arzrots an der Seite der vier anderen Schwärme, blau, grün, rot und bronze. Sie waren endlich in ihrer Bestimmung vereint. Dann geschah, was immer geschah, der Schatten fiel auf sie. Auf ihn. Nein, ich darf nicht hinsehen. Doch kaum hatte er den Gedanken gefasst, begann er, sich zu winden und zu kreischen. Eine Metallpanzerung breitete sich über ihm aus und umklammerte ihn, als er sich in eine Form verwandelte, die mehr aus flüssigem Feuer als aus festem Fleisch zu bestehen schien. Als die schaurige Verwandlung abgeschlossen war, öffnete das Monster, zu dem er geworden war, angetrieben von Hass und Wut, seinen riesigen, eisernen Rachen. »Furorion ist nicht mehr«, schrie das Wesen aus Metall und Magma. Die Stimme war furchteinflößend, markerschütternd und vertraut. »Es gibt nur mich, Todesschwinge, für alle Zeiten«, zischte Furorion. Doch es war nicht sein Mund. Er sah hilflos zu, als die Aspekte ihn angriffen, als die schwarzen Drachen kehrtmachten, um ihn zu vernichten, ihren wiedererwachten, alten Feind. Sie sahen nur Todesschwinge. Furorion sah nur die lodernden Flammen des Drachenfeuers, die auf ihn zuschossen. Er hörte nur, wie seine eigene Stimme brüllte. »Du bist mein Vermächtnis! Du wirst meinem Schatten niemals entkommen!« Feuer füllte sein Sichtfeld, Hitze, ein Gleißen. »Ich werde niemals ihr sein!« Furorion schreckte auf, seine Kehle wund von dem Schrei. Es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass er sich nicht in den Zeitströmen befand und niemand ihn angriff. Er war in Sicherheit, in einem bequemen Bett im Gasthaus Sommerrast in Pandaria. Er orientierte sich, atmete langsam tief ein und aus und konzentrierte sich auf seine Umgebung. Er bemerkte die Karten an den Wänden, die verkrustete, schmutzige Kleidung über den Stühlen, den lackierten Tisch voller leeren Flaschen und Schriftrollen mit Notizen seiner Reisen. Inmitten des Chaos lag eine ordentlich aufgerollte Schriftrolle mit nicht einem, sondern zwei Wachssiegeln. Er klopfte leise an der Tür. Furorion sammelte sich rasch, schlüpfte in eine bestickte Robe und fuhr mit den Fingern durch seine dichten, schwarzen Haarschop. Zweifelsohne hatte der Pandara an der Tür seinen vom Albtraum herbeigeführten Schrei gehört. Aber er wäre verdammt, wenn er das jemals zugegeben hätte. Herein! Seine Stimme klang seidig wie immer. Mifan trab mit einem Tablett voller lokaler Delikatessen ein. Beide taten so, als wäre nichts geschehen, während sie auf dem unordentlichen Tisch Platz schuf und das reichlich befüllte Tablett abstellte. Der Schrecken des Traumes saß ihm noch immer in den Knochen, aber der Anblick von Reiskuchen, Tee und Backwaren ließ Furoreons Magen knurren. Essen war gut. Essen erdet. Kann ich euch noch etwas bringen? Furoreon zwang sich zu einem Lächeln. Nein, das wäre alles. Sagte er, bevor er hinzufügte, Mifan, könntet ihr mir nachher noch ein Mittagessen bringen? Ich glaube, ich bin heute zur Abwechslung ein Faulpelz und bleibe hier. Er tat so, als würde er nicht bemerken, wie Mifans Blick zu den leeren Weinflaschen rutschte. Es ist mir eine Ehre, einem so hochwerten Gast dienen zu dürfen. Falls ihr noch einen Wunsch habt? Ja, ja, dann läute ich die Glücke. Ich weiß, hab Dank. Er versuchte, sie mit einer Geste zu verscheuchen. Mifan ließ sich davon nicht verunsichern, verbeugte sich und schloss die Tür hinter sich. Furoreon seufst und griff nach einem Reiskuchen, während er bewusst die stumme Anklage der Schriftrolle ignorierte. Während er aß, verblassten die Reste des wiederkehrenden Traums. Aber die Fragen blieben. Konnte er es vermeiden, in Todesschwinge dunkles Fußstapfen zu treten? Konnte er den Schatten abwerfen? Oder würde auch Furoreon eines Tages diesem Schatten erliegen? Ein dumpfer Schmerz in seiner Brust rief ihn aus seinem unruhigen Gedanken. Diese Melancholie plagte ihn in letzter Zeit stetig. Über viele Jahre hatte Furoreon den geheimnisvollen Ort erforscht, der sich die Dracheninsel nannte. Sie waren keine bloße Legende, obwohl sie es gut hätten sein können. Die berühmte wandernde Insel von Pandaria war im Vergleich geradezu trivial ausfindig zu machen. Er hatte nach Informationen gesucht, ergeblich. Die Dinge, die er getan hatte, die Orte, zu denen er gereist war, die Abmachung, die er eingegangen war. So viele Mühen für so wenig Antworten. Die meisten, die er befragte, wussten nichts. Und viele, die etwas wussten, schienen nicht geneigt zu sein, mehr als ein paar nutzlose Informationshappen preiszugeben. Irritierend. Apropos irritierend, sein Blick fiel erneut auf die Schriftrolle. Sie lag dort und verspottete ihn. Er schnappte sie knurren und entrollte sie. Erste Arkanistin Talisra und Lord Regent Lord Remateron ersuchen um das Vergnügen eurer Gesellschaft, wenn sie im Anwesen der Lunastros ihre Herzen, Hände und Seelen vereinen. Es wird um förmliche Kleidung gebeten. Vororion schnaubte. Das Vergnügen eurer Gesellschaft, diese Hochzeit war ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte Arzorots, die Vereinigung zweier mächtiger Anführer. Und doch wusste er, dass er nur der Höflichkeit halber eingeladen wurde. Niemand in Arzorot wollte wirklich einen schwarzen Drachen, besonders nicht ihn, bei einem bedeutenden Ereignis dabei haben. Es war gutes, politisches Theater, jemanden auftreten zu lassen, der so maßgeblich dazu beigetragen hatte, den alten Gott in Dorf zu besiegen und die Welt zu retten. Weder das Paar noch seine namhaften Gäste würden seine Gesellschaft jedoch als Vergnügen betrachten. Pfororion zerknüllte die Schriftrolle unnötig kraftvoll und warf sie in eine Ecke. Hochzeiten waren bekanntermaßen kitschige Angelegenheiten und diese vermutlich ganz besonders. Berichte seiner Geheimagenten der Schwarzen Kralle zufolge war es ein Bündnis wahrer Liebe, deren Flamme ausgerechnet bei einem Poesiewettbewerb entfacht wurde. Dort würde es vor anderen kichernde, glückliche Paare, Familien mit ihren aufgedrehten Kindern und wiederfeinden alten Freunden nur so wimmeln. Ekelhaft. Furoorion erreichte das Anwesen der Lunastris, als die Hochzeitszeremonie bereits im vollen Gange war. Er hatte gehofft, sein Besuch würde ihm eine Auszeit von seinen quälenden Albtraumgedanken und seiner vergeblichen Suche nach den Drachen in Symbiten, sowie die Gelegenheit, gesehen zu werden. Immerhin verdiente er es, hier zu sein und sich unter der Creme de la Creme Azeroth blicken zu lassen, besonders, wenn er eines Tages zum Aspekt des schwarzen Drachenschwarms werden würde. Momentan waren alle Augen auf die Hochzeitszeremonie gerichtet. Mit seinen scharfen Drachenaugen konnte Furoorion die anhaltende Magie der Kuppel sehen, die einst Suramar umhüllt hatte. Ihre schwache Wölbung und die teufelsversehrte Gebiet, das sie tapfer in Schach gehalten hatten, zeugten von der schweren Prüfung der Nachgeborenen. Furoorion richtete seine Aufmerksamkeit auf Lady Liadrin, die feuerhaarige Anführerin der Blutritter, die, die die Zeremonie für Talisra und Glottrimar leitete. Furoorion musste zugeben, das Liebenspaar, das vor ihr stand, hinreißend war. Lortrimar war fast nicht wieder zu erkennen. Furoorion hatte ihn bisher nur in Rüstung und mit ernster Miene gesehen. In Anbetracht der Geschichte seines Volkes konnte Furoorion keines von beidem verdenken. Jetzt war der Anführer der Blutelfen im bunte, wallende Stoffe gehüllt und lächelte sanft. Der Krieger in ihm war dem liebenden Gewichtenen, da grinste Lortrimar keinesfalls überschwänglich, doch waren seine Gesichtszüge dennoch sanfter und leuchteten vor innerer Freude. Talisra machte keine Anstalten, ihre Fröhlichkeit zu verbergen und ihr Lächeln war breit und frei. Warum auch nicht, dachte Furoorion. Der ganze Ohr, der strahlte vor zahlreichen Besuchern aus nah und fern. Neben der Braut standen ihre Berater und ehemaligen Kampfgefährten der Rebellion der Nachtsüchtigen. Vororion erkannte Arkanistin Vartreus und Lylev Lunastre sowie Silgreen und seine Eule Karl. Terons engster Freund Weitläufer Gelderal Halduron Wolkenglanz grinste, während Großmagister Roma auf eine Robe und ein seltenes Lächeln trug. Unter den restlichen Besuchern trat die Vielfahrt noch deutlicher hervor. Rall, ehemaliger Anführer der Horde und nun Mitglied des Rates der Horde hatte seine Familie mitgebracht, seine Frau Agrama und Agralan und ihre beiden Kinder Durak und Reze. Die Kleinen schienen Furorion wohlerzogen zu sein, obwohl er sehr wenig über Kinder wusste. Nun, im Grunde wusste er gar nichts und hatte nicht vor, jetzt damit anzufangen. Er betrachtete Königin Talanji, die aus Zandala angereist war und mit Zekam einem weiteren jungen Gast mitgebracht hatte. Rokan, der Anführer der Dunkelsperrtrolle, stand neben ihn. Oberhäuptling Bane Blutu war mit Myla Hochberg gekommen, wie Furorion mit einem verschmitzten Grinsen feststellte. Lilian Voss begleitete Kalia Menithil, die ehemalige Prinzessin von Lordaeron und nun Teil des trostlosen Rats der Verlassenen. Neben ihr stand ihr fällt er, Derek Pracht mehr. Früher hatte Furorion versucht Azor zu beschützen, indem er Horde und Allianz gegeneinander aufwiegelte, um zu entscheiden, welche Fraktion stärker war. Jetzt verstand er, dass das Schicksal der Welt nicht von Eroberung, sondern von Zusammenarbeit abhing. Während er seinen Blick über die gebannte Menge schweifen ließ, war er stolz auf die Horde. auf Lord Rimmer und Thalysra, da sie die Allianz eingeladen hatten, und er respektierte die Mitglieder der Allianz, die ihre Einladung angenommen hatten. Von Kommandant Tyralion, Lord Regent von Sturmwind und Beschützer der Allianz, seiner Gefährtin Alleria und ihrem Halbelfen Sohn Arator, zu Matthias Shaw, der dem Anführer der Allianz bei dieser Hochzeit der Horde zweifellos gut im Auge behielt. Anduin, König von Sturmwind, der dieser Rolle in den letzten Jahren ferngeblieben war, hatte immer daran geglaubt, dass beständiger Frieden zwischen beiden Fraktionen möglich sei. Er hatte auf dieses Ziel mit einem stillen Beharrlichkeit hingearbeitet, die Furorion bewunderte. Nach dem Vierten Krieg wurde Anduins Hoffnung zu einer zaghaften Realität. Während Furorions Hoffnung ihn nun in den verzerrter Form seines dunklen Traumes heimsuchte. Lord Rimmars Stimme unterbrach Furorions Grübelei. Er las sein Gelübde vor in Form eines Gedichts. Meine geliebte Talysra, die Gabe der Trauer ist der Segen der Freude. Die Gabe der Last ist ihre Befreiung. Die Gabe des Sturms ist der klare Himmel. Von diesem Moment an gelobe ich, in Trauer und Freude an eurer Seite zu sein. Ich gelobe, eure Lasten zu teilen. Ich gelobe, den Sturm mit euch zu überstehen und mit ganzem Herzen das Leuchten der Sterne zu erfassen. Furorion hatte nicht gedacht, dass ein derart überfüllter Ort so still sein konnte. Talysras Tränen glitten wie flüssige Kristalle über ihre lavendelfarbenen Wangen, als sie die Hände ihres zukünftigen Ehemanns umfasste und mit gefühlvoller, doch klarer Stimme sprach. Lord Remar, mein Herz. Die vergangenen Jahre heilen von einem Bedauern wieder, das ich bis zu diesem Moment nicht verstanden hatte. Ich wusste nicht, wie groß meine Sehnsucht war, bis ihr sie stillen konntet. Meine Welt besteht aus leuchtenden Farben, einer Palette aus wahr gewordenen Träumen. Lasst uns mit Wort und Tat, mit Verstand, Körper und Herz, diese neue Existenz gestalten, in der wir beide eins sind, jetzt und für immer und darüber hinaus werde ich euch lieben. Die Poesie ihrer Gelübde hätte Furoreion nicht überraschen sollen. Schließlich hatte sie ihre Liebe besiegelt und würde immer die Sprache ihrer Herzen sein. Sein eigenes Herz schmerzte plötzlich, sonderbar, und er rieb seine Brust in der Hoffnung, den Schmerz wieder vertreiben zu können. Vor allen, die hier versammelt sind und vor dem heiligen Licht, sprach Lady Lea drin, bekräftigte ich mit diesen Worten. Talysra und Lord Remar haben ihr Leben, ihr Schicksal und ihre Herzen miteinander verbunden. Sie grinste, möge die Liebe und das Licht auf ewig euch beide scheinen. Dann hob Lord Remar seinen Kopf und Talysra senkte den ihren. Als sich ihre Lippen berührten und sie einander umarmten, erhoben sich Jubelapplaus und dröhnende Rufe. Furorium wollte dem Brautpaar gratulieren und sich verabschieden, aber sie waren noch nicht einmal die Stufen der Estrade heruntergestiegen, als sich die Gäste um sie scharrten. Er verdrehte die Augen. Ich werde umher spazieren, bis das glückliche Paar weniger belagert wird. Wieder einmal blieb seine Anwesenheit nicht unbemerkt, als er mit stolzer Brust und erhobenen Haupt durch die Menge Schritt, wie es sich für einen zukünftigen Aspekt gehörte. Die ehrfürchtigen und bewundernden Blicke erfreuten ihn, linderten den Schmerz in seiner Brust und erfüllten seine Schritte mit ihrem gewohnten Selbstvertrauen. Er war auf eine Reise der Selbstfindung praktisch durch ganz Azeroth gewandert, hatte die Welt studiert und so viel wie möglich über ihre Bewohner erfahren. Er hatte an der Seite der größten Helden der Welt gekämpft, sogar gegen seines Gleichen, um Azeroth zu beschützen. Er hatte sicherlich genug getan, um zu beweisen, dass er Todesschwinge in keiner Weise glich. Er überraschte sich selbst damit, in die fröhliche Stimmung hineingezogen zu werden. Als er einen belebten Schankbereich erreichte, fühlte er sich mehr wie er selbst. Doch würde er nicht nur ein Getränk genießen, sondern vielleicht doch etwas Interessantes erfahren können. Irgendetwas sagte ihm, dass dies ein erfolgreiches Unterfangen sein würde. Was sagten die Goblins noch gleich? Jackpot. Als er auf ein langersehntes Glas Arkwein wartete, gesellte er sich zur Talia Fordragon aus Kul Tiras. Sie sprach mit dem ehemaligen blauen Drachen Aspekt Kallegos, der in seiner Halbelfengestalt dastand und eine Hand auf die Brust gelegt hatte. Als wollte er einen Schwur ablegen. Vororion bemerkte, dass er etwas traurig aussah. Die Lord Admiralin ist wohl auf, berichtete Talia. Lady Jaina wollte sehr gerne hier sein, hatte ihr doch alle Hände voll zu tun. Wir haben ein paar Probleme mit Piraten. Piraten? Schon wieder? Unterbrach sie Talias Freund Finn Schönwind. Üble Sache. Welche Flaggen haben sie gehisst? Vielleicht sind sie alte Kameraden von mir, falls dem so sein sollte, verrate ich lächelte fröhlich. Das war kein Witz, versicherte Matthias Shaw mit ernster Miene. Finn strahlte ihn fröhlich an und Shaws Mund zuckte unter seinem Schnurrbart. War das ein Lächeln? Das alte Sprichwort Gegensätze ziehen sich an, traf auf dieses Paar sicher zu, dachte Furorion. Finn war ein ehemaliger Seeräuber und Shaw der Anführer des Geheimdienstes SI7 in Sturmwind. Und doch waren sie hier. Ein glückliches Paar unter anderen glücklichen Paaren. Was außer ihn, denn niemand allein gekommen? Furorion, sagte Kallek herzlich, ich bin froh, dass ihr beschlossen habt zu kommen. Ich hätte niemals daran gedacht, fern zu bleiben. Furorion hob feierlich sein Glas Argwein. Es wäre eine Schande, derart guten Argwein zu verpassen und gute Gesellschaft. Tellias Augen weiteten sich und sie machte einen Schritt auf ihn zu. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Wie ich höre, schuldet euch die Welt großen Dank. Furorion nickte wohlwollend. Ich diene Azeroth gerne, auf jede erdenkliche Weise, genau wie wir alle, bügte er großzügig hinzu und deutete auf die Menge an Gästen. Thelia Der Reck Prachtmäher trat mit Kalia und Lilian an sie heran und zog seinen Hut. Es obwohl ich wünschte, meine Schwester könnte ebenfalls hier sein. Furorion sank unwillkürlich die Kinnlade ein Stück herunter, als Thelia alle drei herzlich willkommen hieß. Janas Bruder, ein Verlassener, wurde von seiner Familie und seinen ehemaligen Landsleuten akzeptiert, dennoch blieb er in Kalias Nähe. Theoretisch ist er von allen Seiten von Feinden umgeben, sinnierte Furorion. Aber er hat auch auf allen Seiten Familie, leibhaftig oder adoptiert. Furorion merkte, dass er vielleicht ein wenig eifersüchtig war. Er nahm zur Kenntnis, wer sonst noch nicht anwesend war. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass keine Nachtalfen anwesend sind, sagte er lässig. Seine Krallen hatten ihn darüber informiert, dass Tyrande und Malfurion noch immer noch gekränkt darüber waren, wie sie von der Allianz während des Krieges behandelt worden waren. Furorion hatte außerdem erfahren, dass die Kallerei mit einem neuen Projekt beschäftigt waren. Die Natur des Unterfangens war ihm bisher unbekannt geblieben. Taelia sah sich um. Ich bin sicher, dass die Nachtelfen eine Einladung erhalten haben. Natürlich, Furorion nippte an seinem Arktwein. Ich sehe Königin Mia. Die Königin war an Stelle ihres Ehemanns gekommen. Eine weise Entscheidung, da König Gen Graumene angeblich an seinem Hass gegen die Horde festhielt. Darüber hinaus erwärmte die zierliche, gesellige Mia die Herzen mit ihrer bloßen Anwesenheit. Eine Mischung aus Güte und heiterer Sachlichkeit. Gerade füllte sie einen Bank an einem Backentisch in der Nähe einen Teller mit Delikatessen aus Surama. Die Gesandschaft der Verlassenen tauschte unbehagliche Blicke aus. Es war schön, die Königin wiederzusehen, sagte Kalja diplomatisch. Furoreon sah zu, wie Mia ein Gespräch mit Aleria Windläufer begann. Sie flüsterte der Waldläuferin etwas zu und Aleria lachte lauthals. Furoreon hob eine Augenbraue. Aleria blieb immer ernst, ganz wie Thoralion, der vor dem turmhohen mit Lavendel glasierten Hochzeitskuchen mit Talanschi sprach. Aleria hatte den Kuchen vorsorglich auf einem kleinen Karren platziert, der durch die Gegend gefahren werden konnte, damit jeder ihn in seiner unangeschnittenen Pracht bewundern konnte. Furoreon bemerkte, Thoralion so tief im Herzen des Territoriums der Horde merkwürdig entspannt schien. Der schwarze Drache wandte seinen Blick ab. Ihr Verhalten sprach wohl Bände über die Veränderungen, die die letzten fünf Jahre gebracht hatten. Dann dämmerte es ihm. Seine treuen Spione, die ihn über alle Entwicklungen auf dem Lauf hielten, hatten ihn darüber informiert, dass es seit langen Spannungen zwischen den beiden gab. Furoreon vermutete, dass tausend Jahre Krieg ein Keil zwischen ein Paar treiben konnten. Es schien jedoch, als hätte der lichtgetränkte Paladin und die lehrend berührte Elfe die ehemals legendäre Romanze neu entfacht. Furoreon! Kallek sah ihn neugierig an. Alles in Ordnung? Mir ging es nie besser, log Furoreon, erhob ein Glas zur versammelten Gruppe und verbeugte sich. Entschuldigt mich, ich glaube, ich sehe dort drüben Magni funkeln. Ich sollte ihn begrüßen. Er hatte Magni tatsächlich funkeln sehen. Er funkelte häufig, manchmal blendend. Glücklicherweise sorgte das sanfte Zwielicht von Suramar für kein allzu heftiges Glitzern. Der ehemalige Zwergenkönig hatte sich einst an einem Ritual versucht, kurz bevor Todesschwinge aus dem Erdboden hervorgebrochen und Tod und Zerstörung gesät hatte, um mit Azeroth selbst in Verbindung zu treten. Es hat funktioniert. Und davor behalten, zwar war Magni nun das Sprachrohr von Azeroth, doch wurde er auch in einen massiven Diamanten verwandelt. Weder er noch seine Familie schien sich daran zu stören. Magni, seine Brüder und seine Tochter lachten lauthals mit den jungen Troll Zekern, der ihn voller Bewunderung ansah. Vororion breitete seine Arme auf, als er sich mit langen Schritten näherte. Magni rief er, wirklich froh, ihn entdeckt zu haben. Die beiden hatten gemeinsam Mensoff besiegt. Ach, Furorion, kommt her, Junge, ich will euch meine Familie vorstellen, meine Brüder Muradin und Bran und meine liebe Tochter Moira. Natürlich kenne ich all eure Namen, sagte Furorion mit einem Zwinkern. Es stimmte, wie schön es ist, euch endlich kennenzulernen, bügte er hinzu und betrachtete die muntere Gruppe. Oh, wir wissen ebenfalls bestens über euch Bescheid, sagte Moira. Mein Papa redet immerzu von euch. Furorion war überrascht. Eine derart herzliche Begrüßung hatte er nicht erwartet. Das Gefühl war ansteckend. Magni kam unwissentlich zu seiner Rettung. Wir Bronzebad Jungs sind gerade von einer Erkundungsreise nach Nordend zurück. Und wer hört uns darüber reden? Na, der Junge Zekan hier. Zekan strahlte fast vor Freude. Ich bin stolz, euch kennenzulernen. Zekan, aber ich glaube, es gibt da noch jemanden, den ich treffen sollte. Moira, hat euch der zukünftige Imperator heute begleitet? Ei, obwohl ich seine Nase aus einem Buch zerren musste, entgegnete sie. Bin froh, dass ich es getan habe. Er ist dort drüben. Berichten seiner Krallen zufolge war Dragan der zweite Sohn einer Bronzebart Prinzessin und eines Dunkeleisen Imperators, der mutmaßliche Erbe beider Throne. Sein Erscheinungsbild wies Eigenschaften beider Älterteile auf, eine warme, graue Hautfarbe und grüne Augen. Furorion wurde gesagt, dass man ihnen ihnen gelegentlich einen feurig-roten Schimmer erkennen konnte. Dagrans langes weißes Haar war zu einem ordentlichen Zopf gebunden und sein schlachsiger Körper war in elegante förmliche Gewänder gehüllt, die er vermutlich damit ruiniert hatte, dass er sich unter einem Baum ins Gras gesetzt hatte. Arator saß neben ihn und sie unterhielten sich freundlich, während Arator in einem dicken Folianten blätterte. Wahrscheinlich genau jener von dem Meurer Dagran hatte wegzerren müssen. Währenddessen untersuchte der Zwergenjunge einen wunderschönen zeremoniellen Dolch, den Arator zur Hochzeit getragen hatte. Dagran ist mein Herz, das wieder Fleisch geworden ist, sagte Magni sanft, und dieser Arator ist ein guter Junge, gütig. Dagran hatte als Kind nicht viele Freunde. Furorion verstand gut, wie es war, nicht viele oder auch gar keine Freunde zu haben. Er war nie wirklich ein Kind gewesen. Er war so schnell erwachsen geworden und von einer so dunklen Aufgabe angetrieben gewesen, dass keine Zeit für Spiele geblieben war. Natürlich half es nicht, dass seine Kindheit von Kriegen und Konflikten zerrüttet gewesen war. Anduin in Pandaria zu treffen, war gleichermaßen Segen Segen Fluch gewesen. Ein Segen, Furorion gelernt hatte, dass ihn jemand genug schätzen konnte, um ihn zu mögen. Ein Fluch, da Furorion entschieden hatte, Anduins Vertrauen im unüberlegten Versuch auszunutzen, Azor zu beschützen. Jahre später hatten sie sich erneut getroffen und diese Begegnung war nun. Es reichte zu sagen, dass Anduins rechter Haken viel besser war, als Furorion es ihm zugetraut hätte. Er hoffte, dass sie sich versöhnen konnten, sobald Anduin zurückkehrte, wo auch immer er war. Furorion leerte sein Glas und der seltsame Schmerz in seiner Brust kehrte zurück. Du bist mein Vermächtnis. Du wirst meinem Schatten niemals entkommen. Würdet ihr gerne ihn kennenlernen? Mörers Frage riss den schwarzen Drachen aus seinen Gedanken. Sie sehen so zufrieden aus. Ich glaube, ich vertrete mir ein wenig die Beine. Es war mir eine Freude, euch kennenzulernen. Nicht weit entfernt befand sich ein ruhiger Teich. Er wusste nicht, ob es am Argwein lag, an der Menge an Gästen, die ihn einengten oder am Schmerz, aber er beschloss ein wenig, umherzuwandern und dann zu gehen. Ich hätte nicht kommen sollen. Ich hätte meine Spione die Informationen sammeln lassen sollen, die ich brauche. Um was zu tun? Er würde die Drachen in seinem Niemals finden. Er würde niemals seinen wahren Freund finden und behalten können. Truppen inspirieren oder dieselbe Freude genießen, die Lothrima und Talysra oder die Familie Bronzebrat gefunden hatte. Er hielt den Blick auf den Teich gerichtet und schritt schnell darauf zu, hielt jedoch knurrend an, als eine warme, folternde Stimme nach ihm rief. Ah, Furorion, da seid ihr ja. Furorion schloss die Augen und drehte sich dann mit einem gezwungenen Lächeln um. Bane, Mylar. Der wandernde Kuchen hatte diesen Bereich erreicht, als ein Diener vorbeiging, nahm sich Furorion ein weiteres Glas Arquim. Er konnte es gebrauchen. Es überraschte und freut mich, dass ihr euch dazu entschlossen habt, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, sagte Bane. Nun, die Gästeleste verlangte die besten und fähigsten Köpfe Azeroth. Sie lachten. Er trank. Mylar hakte sich bei Bane ein und er legte seine Hand auf ihre. Furorion musste gegen den Impuls ankämpfen, sein Glas auf dem Boden zu schmettern. Er hatte erwartet, dass die Hochzeit eine Hochzeit sein würde, aber sie war so viel mehr als das und überall war dieses unausweichliche Gefühl von Zugehörigkeit und Liebe und Verbindung wie eine Art fröhliche Seuche, die alles verschlange und mit ihrer Behaglichkeit zu ersticken drohte. Alle außer ihm. Natürlich. Ihm. Und diesen tauchen dort drüben. Er hatte schwarzes Fell mit weißen Markierungen auf seiner Nase. Er trug keine förmliche Kleidung, wie es in der Einladung gewünscht gewesen war, sondern lediglich eine Schamanenrobe und einen Stab. Und er starrte sie direkt an. Ah, Verzeihung, Oberhäuptling, sagte Furorion zu Bane, während er seinen Blick auf den Fremden gerichtet hielt. Aber ist dieser mürrisch aussehende Kerl ein Freund von euch? Bane folgte seinem Blick und runzelte die Stirn. Korok, einer von Magatha Grimtotems Läuten. Er spuckte die Worte nahezu aus. Bane hatte Grund für seinen Ärger. Verorion hatte vor kurzem von seinen Spionen erfahren, dass Magatha Grimtotem heimlich die Waffe vergiftet hatte, die Banes Vater Kane getörtet hatte. Und so folgte einem kleinen Kratzer ein ungerechter Tod und ein Umsturz. Donnerfels war schon bald in die Hände der Bluthufe zurückgekehrt. Bane hatte Gnade walten lassen und den Grimtotem Clan nur ins Exil geschickt. Aber es gab offensichtlich immer noch böses Blut. Äußerst böses Blut, wenn man die Miene des Eindringlings betrachtete. Korok schritt auf sie zu. Talisra und Lordrimmer haben sich beschmutzt, indem sie Drachen einluden. Besonders einen schwarzen Drachen, sagte Schamane, den unnatürlichsten von allen. Woher ein Schamane so viel über Drachen wusste, war Furorion ein Rätsel. Als er diese Worte hörte, zitterte die Hand, die das Glas Argwein hielt. Doch nur für einen Augenblick. Eine Metallpanzerung, um Magma in eine Form zu zwingen. Furorion atmete tief ein und brachte sich unter Kontrolle. Er würde die Rolle eines zukünftigen Aspekts spielen. Nicht die eines Monsters. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus und er verbeugte sich höflich, wobei er die vielen Köpfe bemerkte, die sich langsam in ihre Richtung drehten. War das Spettakel hier bereits zu Ende? Ihr solltet nicht hier sein, bemerkte Bane. Ich habe dasselbe Recht, hier zu sein wie ihr, konterte Kurok. Furorion hielt den Mund. Ich bin ein Schamane, Bukuruk vor. Die gesamte Erde steht mir frei. Oh, das bezweifle ich stark. Furorions Stimme war schneidig wie Glas. Die Nachtgeborenen haben im Namen Suramas zu viel gelitten, um Gesindel wie euch herein zu lassen. Wo ist eigentlich eure Einladung? Furorions Einladung befand sich in seiner Tasche, obgleich zerknittert von seinen früheren Ausbruch. Wer hat euch herein gelassen? In jedem Fall werde ich euch äußerst gerne hinaus begleiten, bevor noch jemand anderes bemerkt, wie ihr euch zum Narren macht. Furorion konnte die Blicke der anderen Gäste auf sich spüren. Sollen sie doch zusehen. Kurok hörte nicht auf. Wie wurdet ihr geschaffen, purorion? Hat man euch nicht aus Leichenstücken zusammen geflickt? Ihr und eure verkommene Art? Ihr seid das Symbol all dessen, was in dieser Welt schief gegangen ist. Während die meisten Gäste nach Kuroks Worten schockiert murmelten, hörte Furorion in der Menge eine Stimme, die den Tauren anspornte. Ein Schauer lief Furorions Rücken hinunter, aber nicht aufgrund des vereinzelten Jubels. Er fragte sich, wie ein Schamane solch schreckliche spezifisch Details wissen konnte. Er fragte sich, ob er der Grund war, aus dem der Taure hier aufgekreuzt war. Kurok ringste gehässig. Die Grimasse war hässlich und grausam und voller Freude über Furorions Unbehagen. Ihr könntet Azeroth tausend Male retten und wäret doch niemals ein natürlicher Teil davon. Ihr seid ein Außenseiter. Ihr werdet den Gestank eurer wahren Natur niemals abstreichen. Ein Skelett aus Eisen, nicht aus Knochen. Die Wut brennt heißer als das Feuer. Er hörte ein leises Klirren. Schmerz bereitete sich in Furorions Hand aus. Er hatte das Glas mit Argwein zerbrochen. Er ignorierte die Verletzung und stürzte nach vorne. Er griff die Robe des Schamanen und hob den riesigen Tauren hoch, als wäre er federleicht. Ich bräuchte nur einen hellben Herzschlag, um euch einzuäschern, fauchte Furorion, seine Stimme rau und tief und fremdartig. Er schüttelte den Schamanen und fuhr fort. Mit einem einzigen Schlag meiner Klauen würde euer Lebensblut in die Sande der Zeit, getränkt mit Blut von so vielen, explodierendes Magma, mein eigener Drachenschwarm macht Jagd auf mich und der Schatten, immer dieser Schatten. Furorion spürte eine Hand an seinem Arm, es war Kallek. Furorion brauchte jedes bisschen Kontrolle, um nicht auch gegen ihn zu wenden. Lass ihn sofort los, sagte der blaue Drache ruhig. Furorion rang tief keuchend um Fassung, ehe Kurok wegstieß. Der Schamane taumelte und krachte gegen den Karren, der die von einer Quelle inspirierte Hochzeitstorte trug. Bevor der ersetzte Kellner reagieren konnte, kippte der Wagen um und die große, schöne, sollenhafte Torte krachte auf den Steinboden. Kurok rappelte sich an einem Stab auf und knurrte. Es schien, als wäre er bereit zum Angriff. Einige Gäste riefen vor Sorgung Furoreion laut auf. Andere unterstützten Kurok. Kallek versuchte Furoreion eine beruhigende Hand auf die Schulter zu legen, aber dieses Mal schüttelte ihn der schwarze Drache ab. Furoreions rote Augen verhängten sich zu wütenden Schlitzen, als er sich bereit machte auf den Tauren loszugehen. Halt! Talusra Stimme, die normalerweise so warm und gemäßig klang, schallte wie eine Peitsche durch die Menge. Furoreion erstarrte, genau wie Kurok. Was ist hier geschehen? Trotz ihrer offensichtlichen Wut blieb die erste Akkanistin beherrscht. Ihre Hände gelühten vor Macht, die so greifbar war, Furoreion sie fast riechen konnte. Sie musterte die Menge, dann ihre zerstörte Hochzeitstorte. Furoreion öffnete den Mund. Dieser Grimm-Totem, sagte Mailer, mit ebenso stehlener Stimme wie der Talusra, ist in eure Länder eingedrungen, hat sich auf eure Feier geschlichen, um eure Gäste zu belästigen. Talusra müsterte Kurok mit einem berechnenden Blick. Ich werde euch mehr als höflich entgegenbringen, als ihr mir tauchen und euch erlauben, auf euren eigenen Beinen vorzugehen. Verschwindet! Bevor ich meine Meinung ändere, die Magie pulsierte immer noch an ihren Händen, wo Rorion wusste, dass es zwei Arten von Aggressoren gab, diejenigen, die wie eine Blume vor dem Schneefall verwelkten und diejenigen, die trotz aller Warnungen nicht klein beigeben konnten. Kurok gehörte definitiv zur zweiten Sorte. Er spuckte Furorion vor die Füße, dann blickte er selbstgefällig in die Menge. Bald werdet ihr alle die wahre Macht der Tauren erfahren. Er verbeugte sich spöttisch vor Talusra, warf Bane und Mala einen verachtungsvollen Blick zu und wandte sich zum Gehen. Bane und die anderen wirkten ebenso verwirrt über die Warnung des Tauren wie Furorion. Talusra nickte Sylgen zu, der wortlos folgte. Der Zauberfechte würde sicherstellen, dass sich Kurok auf dem Heimweg nicht verirrte. Furorion bemerkte, dass einige Zuschauer den Schamanen wütend anstarrten und Furorion verlegen anlächelten. Andere schenkten ihm nur ein höhnisches Grinsen. Ihre Gesichter zeigten kaum versteckte Abscheu. Seine feinen Ohren fingen die gemeinen hässlichen Worte auf, von denen sie glaubten, Furorion könnte sie nicht hören. Und da war noch eine andere Stimme, die Stimme in seinem Kopf. Du bist mein Vermächtnis, du wirst meinen Schatten niemals entkommen. Furorion richtete sich auf und blickte von der Torte auf seine Hände. Die Wut hatte sich verflüchtigt und der andere Schmerz, schlimmer als Wut, machte sich wieder bemerkbar. Furorions Wangen glühten und er verfluchte sich stumm für seinen Mangel an Kontrolle. Er fasste sich und sagte ich bereue es mich nicht zivilisierter ausgedrückt zu haben. Furorion tat, was er konnte, um die Würde wiederher zu stellen, die er selbst in Stücke gerissen hatte. Er zwang sich Talysra und Lord Remar anzusehen. Verzeiht, dass ich ein derartiges Spektakel verursacht habe. Eine Entschuldigung ist gar nicht nötig, sagte Lord Remar mit einem Augenzwinkern. Die Bäcker haben noch viele andere Kuchen. Wir bedauern, dass unsere Sicherheitsvorkehrungen unzureichend waren, fügte Talysra hinzu. Keiner unserer Gäste sollte derartige Bosheit ausgesetzt sein. Das ist sehr freundlich, aber ich hätte wissen müssen, dass meine Gegenwart hier manche Leute provozieren könnte. Ich hoffe, eure Erinnerungen an dieses freudige Ereignis werden dadurch geübt. Ich muss mich nun verabschieden und wünsche euch beiden Glückseligkeit bis ans Ende eurer Tage. Niemand protestierte. Ich schulde euch meinen Dank, warf Bane ein. Kurok ist ein mächtiger Schamane. Er Furoreion hob eine Hand und lächelte charmant. Nicht zu danken. Der schwarze Drache verbeugte sich, straffte seine Schultern und schritt ohne ein weiteres Wort davon. Furoreion wusste nicht, wen die riesigen Zwillingsstatue im Weingarten darstellten. Sie waren nachgeboren und hielten Standarten, die von einem geschnitzten Halbmond gekrönt wurden, der sich überraschend angenehmen Oberfläche erwies. Das war alles, was er wissen musste. Er lag in einem der Halbmonde, sein langen Bein an den Knöcheln gekreuzt und die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Er war äußerst müde und ein wenig betrunken. Zwischen der fruchtlosen Suche nach den Dracheninsen und dem grauenvollen Traum, der im Schlaf heimsuchte, war seine Ausdauer aufgebraucht. Wenn man das quälende Stechen in seiner Brust hinzufügte, das ihn in seinen wachen Stunden zermürbte, schien es eigentlich recht nachvollziehbar, dass er in letzter Zeit so viel Wein getrunken hatte. Dieser katastrophale Tag hatte jeden üblen Gedanken, den er zu seiner eigenen Person hegte, nur verstärkt. So viele in der Menge hatten so schnell zu Spott gegriffen. Nicht nachdem er Kurok für ein paar bloße Worte derart gewalttätig bedrängt hatte. Selbst jetzt spürte Furorion den Schatten von Todesschwinge auf ihn Lasten. Es war törig gewesen, auf etwas anderes zu hoffen. Seine düsteren Gedanken wurden von einer Stimme unterbrochen, die seinem Namen rief. Er ignorierte sie. Furorion rief die Stimme erneut. Der schwarze Drache seufst und blickte hinunter. Genau wie er befand sich der andere Drache immer noch in seinem sterblichen Antlitz, das jedoch nicht minder eindrucksvoll war als seine wahre Gestalt. Kallegos, was wollt ihr von mir? Der blaue Drache hob eine Flasche Arguein und zwei Gläser empor. Etwas Hilfe mit diesem guten Jahrgang. Keine schlechte Idee. Die Hochzeit hatte ihm keine Auszeit von seinen wachsenden Unbehagen gewährt. Vielleicht würde mehr Arguein zu dem erhofften Ergebnis führen. Furorion wechselte in seine wahre Gestalt und von seinem provisorischen Sitzplatz zu gleiten. Als er auf dem Boden landete, schlüpfte er zurück in das Antlitz eines Sterblichen. Meine Gesellschaft wird wohl eher kein Vergnügen sein, sagte Furorion in Anlehnung an den optimistischen Wortlaut der Einladung. Er nahm ihnen das angebotene Glas entgegen. Aber ich möchte sie euch nicht verwehren. Kallek sah ihn mitfühlend an, als sie zu einer Bank gingen und sich setzten. Euch trifft keine Schuld, Furorion. Ihr wart eingeladen, der Grimm-Totem nicht. Er kam nur um Unruhe zu stiften. Und leider ist ihm das gelungen. Die Tauren sind ein großartiges und gütiges Volk. Er füllte Furorions Glas. Die meisten zumindest. Es gibt immer Ausnahmen. Außer bei schwarzen Drachen, wie es scheint, antwortete Furorion. Der Hass auf meinen Schwarm scheint ziemlich einstimmig zu sein. Meint ihr nicht? Selbst ich hielt es für notwendig, ihre Zahl zu verringern. Er dachte an die Gesichter einiger Hochzeitsgäste vor seinem Abgang. An die Furcht, den Ekel, Todesschwingers Kopf, Stimme in seinem Kopf. Kurok war mit seiner Abscheu nicht allein. Ihr habt eine wichtige Rolle beim Sieg über Soff gespielt gespielt und auch so manche Rolle bei weniger glorreichen Ereignissen. Er nahm einen Schluck, der Wein war süß und vollmundig. Ich wünschte, ich wäre nicht gekommen. Ich bin sicher, Lothremar und Thalysra würden dem zustimmen. Kallek nickt da in seinem Glas. Ich würde sagen, sie waren sehr deutlich in ihrer Wut über den Eindringling, der ihre geschätzte Gäste beleidigt hat. Ein humorloses Lächeln umspielte Furoreons Mundwinkeln. Vielleicht, aber wenn dem so ist, dann nur, weil sie und ihr außerordentlich gütig und aufgeschlossen seid. Der Rest, ja, wir schwarzen Drachen sind eben abschreckend. Kallek presste seine Lippen zusammen und seufzte. Es kann schwierig für andere sein, euren Schwarm zu trauen, sagte er leise. Ich weiß ein wenig darüber, wie sich das anfühlt. Ich weiß auch, dass wir wahrscheinlich niemals erfahren werden, ob Neltarion den Wahnsinn der alten Göttern aus freien Stücken gesucht hat. Furoreon wandte den Blick ab. Er wollte nicht zeigen, wie sehr ihn diese Worte berührten. Möglicherweise war ein Opfer ihres Einflusses und wünschte sich sein Schicksal nicht. Bokalek fort und fügte nach einem Moment hinzu, ebenso wenig wie Malegos sich dem Schmerz wünschte, der sein Verstand und seine Seele bis zur Grausamkeit verzerrte. Furoreon zuckte nur selten zusammen. Er tat es auch jetzt nicht, aber er verspürte den Drang. Ihm war berichtet worden, dass der ursprüngliche Aspekt des blauen Drachenschwarms einst herzlich, humorvoll und gütig gewesen war, ganz ähnlich wie Kallegos, dachte er. Als jedoch nahezu sein gesamter Schwarm getötet worden war, war der Verstand des blauen Aspekts für Äonen in Trauer Nach seiner Erholung hatte sich Malegos so sehr verändert, dass er versucht hatte, alle Sterblichen auszulöschen, die es wagten, Magie einzusetzen. Am Ende hatte sein eigener Schwarm keine Wahl gehabt, als ihn anzugreifen und zu töten. Wie ich schon sagte, seid ihr gütig. Gütig genug, um nicht zu erwähnen, dass Niltarions Verrat an seinem geliebten Freund der Vorfall war. Der Malegos zerrüttete, wenn euren Schwarm so teuer zu stehen kam. Wie ich hörte, standen sie tatsächlich nahe, Freunde, die viele Geheimnisse teilten, die leider mit der Zeit verloren gegangen sind. Kallek schenkte sich ein weiteres Glas Argwein ein, seine Stimme war sicher und kräftig als er fortfuhr, aber ihr, Hororion, seid nicht Neltarion. Wenn ich das nun wirklich glauben könnte, aber war Aneltarion nicht zu Todesschwingens geworden? Zu wem würde Hororion werden? Er stieß mit Kallek an, und ihr seid nicht Maligos. Er hatte es als Kompliment gemeint, aber Hororion sah, wie Kallek in sich zusammensackte. Der braue Drache lachte traurig. Ich bin kaum mehr irgendwas. Es gibt kaum noch einen blauen Drachenschwarm. Wir hätten uns nicht auflösen dürfen. Nicht, als wir so wenige waren. Kallek legte eine Hand auf seine Brust und ließ sie dann sinken, während er in die Nacht hinaussah. Die Aspekte hatten, die von den Titanen gewährte Kräfte aufgegeben, um Todesschwinge ein für allemal zu vernichten. Sie wären natürlich noch immer Drachen, aber nur noch nach dem Namen Aspekte. Vororion wusste, dass die blauen Drachen in die fernsten Winkel der Welt zerstreut waren. Tja, sagte Vororion heiter, um die Stimmung aufzulockern. Vielleicht brachte aber auch der Argwärm seine fröhliche Seite zum Vorschein. Sind wir nicht ein tolles Paar? Zwei brillante, attraktive junge Drachen, ohne Schwarm. Da keiner von uns auch nur den Ansatz einer Gemeinschaft hat, schlage ich vor, da unsere Aspekte Freunde sein konnten. Können wir es sicherlich auch, wie die Sterblichen so schön sagten, geteiltes Leid Halbsleid. Das brachte Kallegos zum Lachen. Ihr habt dabei geholfen, einen alten Gott zu töten. Vielleicht werden sich andere von uns fernhalten, aber eine Sache wüsste ich doch gerne. Als wir zuletzt sprachen, fragtet ihr nach den Dracheninseln. Es tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte. Das Wissen darüber ist für mich ebenso verborgen wie für euch. Habt ihr mehr Nein, Furorion sah zum Himmel. Ihr wart der Einzige, der mir etwas Nützliches erzählt hat, dass die Magie des Landes vor langer, langer Zeit zum Stillstand gekommen ist. Damals war ich noch nicht einmal geboren. Ich kann nicht glauben, dass dieser Fetzen an Informationen alles war, was wir herausfinden konntet. Mit wem habt ihr sonst noch gesprochen? Furorion zählte sie an in seinen Fingern ab. Ich habe Chromie gefragt, ob sie wusste, wo sie seien, sagte er und erinnerte sich an sein Gespräch mit dem Bronze Drachen. Sie sagte ja, dann Nein und dann gab sie zu, verwirrt zu sein. Gisera ist fort. Er wurde einen Augenblick lang ernst und dachte an die Abwesenheit des Aspekts des grünen Schwarms. Und Nostormu gewährte mir nicht einmal eine Audienz. Nostormu, der Anführer des Bronzenen Schwarms, war damit beschäftigt, all die unendlichen Zeitströme aufrecht zu erhalten. Und Alex Strasser? Fragte Kallek. Er bemühte sich offensichtlich einen neutralen Ton, als er den Aspekt des Roten Schwarms erwähnte. Die Roten und Furorion hatten eine komplizierte Vergangenheit. Es hatte mehr als eine Situation gegeben, in der sie sich gegenseitig töten wollten. Er war auf seiner Suche nach dem verlorenen Wissen so verzweifelt gewesen, dass er seinen Stolz heruntergeschluckt und mit der Drachenkönige gesprochen hatte, die unerwartet gütig gewesen war. Dennoch hatte auch sie nur gesäufzt und gesagt, dieser Ort ist für uns verloren. Keine neuen Erkenntnisse, sagte Furorion nur. Er klang und fühlte sich mutlos. Das Gefühl hatte er schon seit einiger Zeit und es fiel ihm zunehmend schwer, den Schmerz vor anderen zu verbergen. Die Hochzeit hatte es nur verstärkt. Seine Hand wanderte zu seiner Brust, als wolle sie den Schmerz lindern. Er sah auf und bemerkte, wie Kallek dasselbe tat. Kallek, fragte Furorion bedächtigt, habt ihr Schmerzen? Kallek war in Gedanken versunken und schreckte auf. Oh, nein, 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 nun gab er zu weniger Schmerz, sondern vielmehr Trauer. In meinem Leben gab es viele Momente, in denen ich mich verlassen fühlte, allein, als gäbe es etwas, das ich wollte und brauchte, aber nicht haben konnte. Ich empfinde dasselbe, sagte Furorion. Seine roten Augen verengten sich, als ob eine Last auf meiner Brust liegt, ein Gefühl in meinen Knochen, das ich nicht beschreiben kann. Ja, ganz genau, rief Kallek, und auch, als ob ein Teil meiner selbst fehlt, von dessen Existenz ich nichts wusste, aber jetzt sehne ich mich danach. Sie sahen sich einen langen Moment an. Furorion sprach vorsichtig, wenn wir beides fühlen, geht es anderen vielleicht genauso, hauchte Kallek. Zum ersten Mal seit langer Zeit flackerte so etwas wie Hoffnung in Furorion auf, und er wurde von der plötzlichen Sehnsucht überwältigt, eine Person zu treffen, eine bestimmte Person zu treffen. Es war, als würde er gerufen. Ich hasse es, mich erneut zu demütigen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Antworten erhalten werden, aber vielleicht sollten wir. Zum Würmruh-Tempel reisen und Alex Trase ein paar Fragen stellen? Furorion hob eine Augenbraue. Lasst uns damit aufhören, die Sätze des jeweils anderen zu beenden. In Ordnung? Kallek lachte und führte ein paar elegante Handbewegungen aus, um ein Portal zu öffnen. Ein Blick hinein offenbarte eine kühle, von bläulichen bis grünlichen Weißtönen dominierte Landschaft. Perfekt. Hier wurde es mir nämlich langsam zu lila. Und mit diesen Worten trat Furorion durch das Portal. Wie es scheint, sind wir mit unserem geheimnisvollen Unwohlsein nicht alleine, bemerkte Furorion. Das ist eine Untertreibung, murmelte Kallek. Sie hatten sich am Fuße des Würmerutempels materialisiert und befanden sich inmitten der größten Ansammlung von Drachen, die Furorion je gesehen hatte. Einige trugen ihren Antlitz und es entging Furorion nicht, dass viele ab und an ihre Hände auf ihre Brust legten, über ihrem Herzen, während sie darauf warteten, dass die Drachenkönigin zu ihnen sprach. Furorion erwartete natürlich nicht, Drachen aus seinem eigenen Schwarm hier zu sehen. Es gab zahlreiche rote und bronzene sowie viele grüne, aber es betrübt ihn, vergleichsweise wenig blaue Drachen zu sehen. Kallek hatte Recht damit, dass sie weit verstreut waren. Es gibt kaum noch einen blauen Drachenschwarm. Bleibt hier und wartet mit den anderen, wenn ihr wollt, sagte Furorion zu Kallek, aber ich weigere mich auch nur einen weiteren Augenblick zu verschwenden. Das beunruhigende Gefühl ließ nicht nach, sondern nahm eher noch zu. Furorion auf seine Worte Taten folgen, verwandelte sich und flog direkt zur Spitze des Tempels. Er war das Warten Leid, das Warten darauf, die Drachen in Sinn zu finden, von seinen quälenden Träumen erlöst zu werden und zu verstehen, was dieses verfluchte Gefühl war und warum er das Unbekanntete fürchte. Als er sich jedoch an die Freude unter der Hochzeitsgesellschaft erinnerte, die Wärme geliebter Personen, die Macht von Verbindung und Zugehörigkeit, fürchtete Furorion, dass was auch immer Alex Traser zu sagen hatte, nichts Gutes verheißen würde, dass das, wonach auch immer sein Herz gesucht hatte, niemals ihm gehören würde, selbst wenn er es benennen könnte. Alex Traser trug ihr sterbliches Antlitz, ihr langes, rotes Haar, hatte fast denselben Farbton wie ihren Umhang. Sie blickte auf die Menge an Drachen ab, die sich am Fuße des Tempels versammelte. Bei ihr war Nostormu. Er war oft stoisch und selbst für Furore und schwer zu durchschauen, was wahrscheinlich gut war, wenn man sein mächtiges Wissen über Vergangenheit und Zukunft bedachte. Jetzt sah er jedoch nachdenklich aus, distanziert. Neben ihm stand Yseras Tochter Merifra, die nach dem Verlust ihrer Mutter das informelle Oberhaupt des grünen Drachenschwarms geworden war. Während Merifra ebenfalls ihre Hand aufs Herz gelegt hatte, sah sie keineswegs bekümmert aus. Auf ihrem Nachtelfengesicht spielte sich sogar Rieden wieder. Alex Traser, dieses Gefühl, dieses Furorion fehlte die Worte, also klopfte er sich auf die Brust. Was geschieht mit uns? Sie drehte sich zu ihm und ihr Gesicht war wie bei seinem letzten Besuch, sanft und Freude strahlend. Ihr verschwendet keine Zeit mit Floskeln, ihr bleibt euch selbst immer treu, Purorion, sagte sie heiter. Vielen Dank. Alex Traser trat vor und legte Samf eine Hand auf sein Gesicht, als ob es weder Misstrauen noch Groll zwischen ihnen gab oder je gegeben hätte. Zu seiner eigenen Überraschung ließ er es zu, weil er begriff, dass die Bedeutung dieses Moments über jeden Streit hinausging. Junger Drache, sagte die Drachenkönigin und tauschte einen weisen Blick mit Nostormus aus. Ihr habt den Ruf vernommen und und ihr seid ihm gefolgt. Rorion verstand kein Wort. Den Ruf? Ja, den Ruf, sagte sie und sprach zu allen, die in ihrer Nähe standen. Den langersehenden Ruf, allen von uns, hier, unter uns, überall auf der Welt. Wir alle haben den Ruf in unseren Herzen vernommen. Die Dracheninseln warten auf unsere Rückkehr. Aber Rorion schüttelte den Kopf. Er verstand es immer noch nicht. Rorion sagte sie sanft. Ihr habt Heimweh. Der Schmerz, der verzweifelte Wunsch nach etwas, das er niemals gehabt hatte. Heimweh? Die Dracheninseln waren ihm nie verwehrt worden. Sie warteten nur auf ihn und auf jeden anderen Drachen Nazeroth, sein Volk. Rorion wurde nicht ausgeschlossen. Er wurde willkommen geheißen. Er gehörte dazu. Jetzt, da er wusste, was der Schmerz in seiner Brust bedeutete, löste er sich auf und verwandelte sich in etwas, das Freude ähnelte. Und als sich die Drachenkönigin umdrehte, um die freudige Nachricht mit allen zu teilen, die sich vor ihr versammelt hatte, erkannte Furorion, der schwarze Prinz, der schwarmlose Drache, dass sich sein wiederkehrender Albtraum ebenfalls verwandeln konnte. Er sah ihn jetzt nicht mehr als Omen eines unvermeidlichen Scheitern, sondern als Herausforderung, die angenommen und bewältigt werden musste. In diesem Moment waren alle Drachen sein Volk. Die unten versammelten Drachen jubelten und applaudierten wie auf Kommando. Heimweh, sinnierte er. Er hatte nun eine Heimat und und bald und bald würde er einen Schwarm haben. Furorion dachte an die zuvor abgelegten Gelübde, die Versprechen unsterblicher Hingabe und Fürsorge und legte selbst eines ab. Er, nicht Todesschwinge, würde seinen Schwarm in die Zukunft führen und dieses Versprechen würde er einhalten.